Musik Fand ich auch, jetzt siehst du halt in dem Video nicht so geil, aber Was mault deine Ansage hier, o knellig Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront, diesmal nicht alleine Genau, mit mir, hallo, ich bin der Benny Ja, dem Benny, genau, mit dem Spiel gestartet, geht schon los Und ich hab überhaupt ne Stipp gehalten und jetzt ist das Spiel wieder so laut Kann doch nie wahr sein Äh, kein Spiel, ach ne Audio Alter Aktiviert die Affe, es kommt schon Machen wir das Komm, 30% WTF, warum ist das Spiel so laut? Ach So Einstellungen Wie gesagt, denk dran hier Partnerhand Warte, ich höre nix Partnerhand Wie mach ich das, Partnerhand? Ja, irgendwie, da wo du dein... Partnerstart steht hier Ja, und da kannst du auch bei diesen Kartendingern da machen Hier, Partnerhand Oh, ich hab'n Speeder Hände Karten Alter Schwede Mir wird schlecht Mir wird schlecht Ach, Partnerhand Hand Alter Alter Wie krass ist das denn? Uuuuuh Alter, das läuft ein Bruder weichert gegen Ja, sag' ich doch Alter Schwede, mir wird schlecht Oh Gott Du kannst ja kein'n antun What the fuck Wie geil ist das denn? Oh, ich bin tot Gut gemessert Ja, ey, cool Nee, da ist Wade ab, ich abgemurkste Na, der... Der kann ja nischt Ey, guck mal hier, Profis Warte, bleib mal stehen Profis Was ist denn? Mit F1 Was ist denn? Boom 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 Das ist übrigens der AT Ist, da ist ihn Ja Ich hab' grad doppel-nett Hast du gedrückt, weil ich mal'n Jetpack nutzen wollte von COD Ach, die Waffen können auch überhützen Nee, man braucht ja nicht nachladen Da muss man sich mal drüber hören Man muss... Ja, nachladen Du hast ihn mehr oder weniger Nachladen Wenn du was überhützt Ja, äh, ich würde nicht In die Nahkampf gehen Finde ich Kann man auch spotten noch mit Kug? Nee Boah Alter, der Sound von dem Dingt Ist jedes Mal geil Ich glaub' bei PC Bin ich gleich in der Luft Oh oh, wenn er dich anguckt Ja, zu spät Ich drück' F grad Ich bin viel zu COD-lastig gerade Alter, ich werd' hier beschossen Granat Ich hab' irgendeinen Perk eingesammelt Oh, Betalangriff Wie mach' ich das? Und Power Äh, du drückst die vier Und dann wählst du auf dem Boden ne Fläche aus Am besten über dem AT-ST Ah Und dann macht das da gleich N' Laser, ihr Witter Los, los, los Da fahr' mal da reingeknallt jetzt Und? Boom Boom, 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 boom Und, krieg'n Kill, krieg'n Kill Nee, man hat sich nicht Dafür hättest du ihn treffen müssen Ich schmeiß' mal Granate Oh, hier ist ein Heldensymbol Hier ist ein Heldensymbol LoL, und ich bin tot Er hat nur gewartet, dass Illa dahin rennt F*** ich Da hat' ich'n Heldensymbol aufgesammelt Und der tötet ja mich einfach Da krieg'n'n bisschen kotzen Alter, die Geräuschkulisse Ja Ja Bin gespannt wegen der Musik Ob die da was sagen Ey, der hat Geht Der Auf die Fresse Fuck Habe ich mein Jetpack, ja. Achso, du hast ja auch ein Jetpack. Denke daran. Wie zündig denn du? Eins. Wer legt das denn auf der Eins, ey? Ah, ein Jetpack! Ja, bei mir ist das auch Standard auf Eins. Ja, weil du meine Karten drin hast und nackt. Achso, das weiß ich doch nicht. Ja, deshalb sag ich's dir ja schnell, ey. Ich hab ne Drohnen zerstört. Das ist sehr schön. Ich hab bis jetzt nur mich selbst zerstört. Ey, das mit der Schärfung und Unschärfen Tiefen, das wirkt bei dem Spiel, nehmt's geil. Thermal Imploader. Obwohl ich das sonst nie gerne nützt habe. Hier kommt das gut. Ja. Oh Gott! Erstmal den Imploader in ne Fresse geschmissen. Puh! Schwede. Arschlach. Hier zählt das aber auch mit Kopfschuss und so, ne? Ja. Habe ich jetzt mal nen Kill? Immer noch nicht. Dietrich, du auch nicht. Ich auch nicht. Ne, ne, krieg ich ja nur auf die Luft, du Fresse. Und das ist es ja, was ich sage, am Anfang ist echt schwierig. Es ist wirklich schwer. Jetzt habe ich eh. Endlich. Na, meine Waffe ist aber jetzt. Die Helden-Pickup liegt noch. Geil. Ha! Da hat ein Gegner gerade mit Helden-Pickup aufgesammelt und ich hab den hoch umgemäht. Das ist natürlich ärgerlich. Für ihn ja. Das ist natürlich cool, dass du da noch diese Helden da spielen kannst, ne? Das ist schon... Habe ich bis jetzt allerdings, glaube ich, nur ein einziges Mal gehabt, da ich hab einen Solo genommen. Was ja auch kritisiert ist, dass man hier die Ping nicht sehen kann. Das war... Ich hab einen Robot dann und so mehr Schaden. Ja, auch an menschliche Anschein. Ne, da nicht. Ich hab den jetzt One-Heated auf der Brust. Okay. Ist krass. Aber es war von einem Zufall, weil der andere auf den auch geschossen hat. Das kann sein. Äh, das bringt aber erst was, wenn der angeschlagen ist. Das siehst du denn, wenn der Blitze und der sagt das. Der ATH-Team ist das Schirkel. Vorher hat das keinen Sinn darauf zu ballern. Okay. Tötet er dich höchstens, weil er sieht, wo du her schießt. Der Raketen wäre verplackt gemacht. Alter, wie geil das... Uh, das sieht ja mal geil aus hier. Was mich wundert ist, dass er volle Möhre spielen kann. Ja, ich sag ja, ich hab jetzt 1440p und Ultra und leck mich am Arsch. Ja, das kann ich eigentlich machen, weil ich hab ja nur ein 1080p Bildschirm. Ja, hab ich ja auch. Aber es ist ja halt diese Downsampling-Geschichte. Über NVIDIA. Ist ja der Praxis. Nein, jetzt hab ich Jackpack. Was ist die 3? Äh, die 3... Loll, da schießt er mit dem scheiß RPG-Dienst da runter. Ach, so ein Sniper. Ja. Den fetzt eigentlich. Wenn du die Taste hier drückt hältst, die linke Maustaste, dann lädt sich das Ding auf. Dann machst du einen One-Head-Kill, egal wo du triffst. Okay, ich muss den dafür treffen. Voraussetzung. Alter, Kappen. Fuck. Kappen 1 zu 8? Willkommen in meiner Welt, ey. Äh. Wie tief. Ach, jetzt kommt der scheiß Imperator hoch. Ah. Ja, hier werden wir ja immer wieder richtig schön abgelutscht. Ablenk offline. Reaktiviert! Wir brauchen nicht für unsere Y-Wings. Wiedervollen. Zur Erklärung ist man allererstes Spiel in der Ziel. Ja, bei dir ja. Bei mir nicht. Aber das zu verlieren bin ich im Hund. Boah. In dem Spiel. Boah. Die Geil... Nein, ich habe gerade dieses Ding freigeschaltet. Laser-Blitz-Ding vor uns. Zerstört ihn, bevor er unser Fluchtschiff beschädigt. Oh Gott. Das ist jetzt fertig, ey. Ja, das... Äh, ja. Wir haben nicht gewonnen. Ja. Somit, meine Damen und Herren, ne? Ich hoffe, das hat euch gefallen. Die Inkompetenz. Lass... Lass die Aufnahme gleich mal weiterlaufen. Mal gucken, was da kommt. Und ich mach Leute neu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, löw. Ja, tschüss. Dann bei dir.